Weltweite Bestürzung über den grausamen Anschlag nach einem Konzert in Manchester. Laut Augenzeugen spielten sich dramatische Szenen ab. Konzertbesucher flüchteten in Panik, Opfer lagen blutüberströmend am Boden. Auch das ist ein Thema heute bei uns. Aktuelle Informationen zum Anschlag von Manchester finden Sie jederzeit bei uns im Internet auf heute.de und gleich in einem ZDF-Spezial. Anschlag auf Konzert, Terror in Manchester. Direkt nach den 19 Uhr heute Nachrichten. Mehr als 20 Stunden sind auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg über 200 Einsatzkräfte zugange, denn dort ist ein Gefahrguttransport verunglückt, der Fässer mit hochbrennbarem Lithium geladen hatte. Nachdem bei dem Sattelzug ein Reifen geplatzt ist, gerät dieser völlig außer Kontrolle und fängt sogar Feuer. Momentan ist das Leben von Aileen aus Lübeck ein Albtraum. Seit zwei Jahren wird sie auf das Übelste gestorkt. Vermutlich von ihrem Ex-Freund, mit dem sie ein Jahr lang zusammen war. Sie bekommt Morddrohungen, ihre Reifen werden zerstochen und ihr neuer Freund wird öffentlich mit obszönen Flyern an Bäumen denunziert. Mehr als 30 Anzeigen liegen gegen ihren Ex vor. Aber bislang fehlen eindeutige Beweise, dass er es war. Und auch nachdem er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, hören die Drohungen nicht auf. Wenn an einem Bahnübergang eine Schranke runtergeht, dann bedeutet das, gleich kommt ein Zug. So eine Bahnschranke soll also Unfälle verhindern. Trotz Rotlicht und geschlossener Halbschranke hat im hessischen Bad Homburg eine 54-jährige Autofahrerin versucht, noch schnell einen Bahnübergang mit ihrem Wagen zu überqueren. Doch dann kam schon die U-Bahn. Viele planen ja gerade ihren Sommerurlaub und suchen noch nach einem gemütlichen Ferienhaus. Aber passen sie auf, dass sie bei der Buchung nicht abgezockt werden. So wie Simone Falk. Übers Internet bucht sie ein Ferienhaus für sich und ihre Freunde auf Mallorca. Sie erlebt allerdings eine ganz böse Überraschung. Eigentlich sollte es nur ein Auslandssemester in San Francisco werden. Doch dann findet sie ihren Traumjob. Als Lehrerin einer deutschen internationalen Schule. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Lotte findet ihre große Liebe und ihr beschauliches Leben in der Nähe der Golden Gate Bridge wird völlig durcheinander gerüttelt. Lotte im Glück. Wenn Perry schon Galla im Museumshafen von Greifswald die Kräne dirigiert, dann geht ihm schon ordentlich die Pumpe. Denn am Kran-Tag kommen zum Teil über 100 Jahre alte Boote aus dem Winterlager wieder ins Wasser. Und das sind Traditionsschiffe, die ganz besonders vorsichtig behandelt werden müssen. Wir haben den Hafenmeister am Kran-Tag begleitet. So, für heute verabschieden wir uns von Ihnen. Mein Kollege Florian Weiß wartet schon bei Lotte heute auf Sie. Er hat Reaktionen von Prominenten auf den grausamen Anschlag in Manchester. Und er erinnert noch einmal an den wunderbaren Schauspieler Roger Moore, der heute gestorben ist. Nach nur einem Spot geht's los. Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.